Telefonierst du noch lange? Du nervst langsam. Das will kämen, wenn ich wissen, was du da laberst. Der ist noch so laut. Ja, aber der Leiter, nicht in der Lautstärke. Was interessiert mir denn sein Privatleben? Ich steig raus, wenn du labern willst. Das ist doch für Wiese. Ist der hier nicht zu Hause? Ja. Ich steig raus, dann gebe ich dir eine Stelle vom Pop an mir. Dankeschön. Lass mal eins kommen. Aber lass uns mal eins kommen. Sehr ganz schön. Ich arbeite nur mit Leuten. Gut. Ich sehe hier ein Telefon. Okay. Ich sehe hier ein Tad. Ich sehe hier ein Tad. Ich sehe hier ein Tad. Ich möchte mich noch mal Ihre Aufmerksamkeit nähe. Vielen Dank.